Als renommierte Bauunternehmung beschäftigt die Baumann App Bau AG unter der Leitung von Bernhard App ein gut eingespieltes Team von sehr erfahrenen und hochspezialisierten Fachkräften, die ihr solides Handwerk professionell auszuüben verstehen. Die Baumann App Bau AG hat ihren Sitz in Bürglen im Kanton Uri und bereits eine über 30-jährige Erfahrung im Spezialtiefbau. Mit der praktischen Umsetzung diffiziler Bauprojekte hat das topmotivierte Team keinerlei Probleme. Wo sich viele von kaum zugänglichen Gebirgsregionen abschrecken lassen, da fühlen sich die Profis der Baumann App Bau AG, Arbeiter des Spezialtiefbaus, des speziellen Straßen- und Dammbaus, des Bachverbaus und der Umgebungsgestaltung erst so richtig in ihrem Element. Um in einem Steilhang wie in diesem eine brauchbare Trasse für einen Fahrweg zu konstruieren, bedarf es großer Erfahrung. Sei es im Umgang mit Baggern, in einem geologisch unberechenbaren Gebiet oder beim Arbeiten mit anderen Großmaschinen. Die sich neu abzeichnende Gebirgsstraße muss bereits bei ihrer Entstehung ihre Belastbarkeit unter Beweis stellen, wenn Schwersttransporter die Planierung einzelner Streckenabschnitte angehen. Um Transportfahrten mit Aushubmaterial möglichst kurz zu halten, werden überschüssige Ladungen an nahegelegenen Stellen deponiert. Auch wenn die Steigung der entstehenden Trasse sehr steil ist, hat ein allradgetriebener Wagen nach der Fertigstellung der Straße keine Probleme, den 1,5 Kilometer entfernten Bergbauernhof zu erreichen. Das macht Bernhard Epp und seinem Team so leicht keiner nach. In den vergangenen 30 Jahren ist aus der damaligen Einzelunternehmung ein modernes KMU entstanden, das heute namhafte Urnerbauprojekte mitgestaltet. Diese Entwicklung schlägt sich heute sehr positiv auf das immer noch anhaltende Wachstum der Unternehmung nieder. Die Stärken der Firma Baumann Epp Bau AG sind Waldstraßenbau, also Spezialtiefbau, auch Dammbauten, das Gegensteinschlagschutz, das wir hier im Kanton Uri sehr wohl haben. Und wir haben recht große Dämme erstellt und sind dort erfolgreich gewesen. Die Unternehmensphilosophie der Baumann Epp Bau AG beinhaltet stetige Aus- und Weiterbildungen ihrer Mitarbeitenden. Dank dieses systematisch erworbenen Wissens ist die Unternehmung für Projekte im Bereich Straßen- und Wegbau, Dammbau, Bachverbau und Umgebungsgestaltung ein kompetenter Partner. Das vielseitig erworbene Wissen kam der Baumann Epp Bau AG auch bei der erfolgreich durchgeführten Bachrenaturierung Stille Reuss zugute. Während ein aus Hochwasserschutzgründen noch von starren Betonwänden eingegrenzter Hochgebirgsbach zu Tal rauscht, schlängelt sich unter ihm ein bereits renaturierter Bach hindurch, dessen heutiges wiederbelebtes, ursprünglich breit ausuferndes Bett sehr an die guten alten Zeiten erinnert, als niemand mit solch katastrophalen Überschwemmungen wie in der jüngeren Vergangenheit rechnen musste. Da die Baumann-App Bau AG auf eine ökologische Arbeitsweise setzt, betreibt die Unternehmung nebst topmodernen Maschinen einen eigenen Steinbruch, um so die Umwelt nachhaltig zu schonen. Die Versorgungsbasis des firmeneigenen Steinbruchs sorgt zudem dafür, den sehr großen Bedarf an Granitsteinen für Projekte im Bereich Spezialtiefbauten, Bachverbau und Dammbau zu decken. Und auch die fortlaufend sehr umfangreichen Steingewinnungen in dem bis heute noch genutzten Steinbruch Gütli in Gurtnellen führen schon in naher Zukunft zur Erschöpfung. Aus diesem Grund kann nach intensiven Verhandlungen bereits im Jahr 2015 ein neuer Steinbruch im Gebiet Standl in Wassen eröffnet werden. Für die einem Laien so einfach erscheinende Steingewinnung gelten strenge Sicherheitsvorschriften. Denn die grossen Granitbrocken lassen sich nicht so einfach herausholen. Sie müssen richtiggehend herausgearbeitet werden. Es ist unsere Spezialität, dass wir sehr erfahrene Baggerführer haben, die diese Steine herausnehmen können, wo auch wirklich gute Arbeit leisten können. Nur so kann man in einem Steinbruch erfolgreich sein. Mit der stetigen Expansion des Unternehmens ist auch die Zahl der Mitarbeiter angewachsen. Für Bernhard Epp sind sie das Kapital für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit. Auch für sie, für ihre Weiterbeschäftigung, sucht der erfolgreiche Bauunternehmer immer wieder nach neuen Perspektiven. Heute ist auch dieser leider ein bisschen mehr, schon erschöpft auch. Und wir suchten eine neue Herausforderung. Durch das haben wir jetzt einen Steinbruch in Konzession von der Kooperation überkommen in Wassen. Dort sollten wir in 25 Jahren Stein abbauen können. Das bedeutet auch für das gut aufeinander eingespielte Team der meist noch jüngeren Mitarbeiter eine weit in die Zukunft reichende berufliche Perspektive. Denn nur wenn der Rohstoffstein in ausreichender Menge gewonnen werden kann, hat auch die Baumann-App Bau AG eine günstige Prognose für ein weit in die Zukunft reichendes Unternehmenswachstum. Gerade hier im Hochgebirge, wo es immer wieder starke Gewitter und Niedergänge gibt, werden auch ganz massive Steinquader gebraucht, die nach stabiler Verbauung auch starken Naturgewalten standhalten. Und die erfolgreiche Baumann-App Bau AG stellt sich darauf ein. Mit dem Slogan Zukunft heißt Veränderung.